Es ist der 14.03.2020, geprobt, Erfahrungen gesammelt, zusammengewachsen, aus Kollegen wurden Freunde, wir sind ready. Und was dann? Nichts. Stille. Corona ist da und legt einfach so eine komplette Industrie, eine ganze Branche, brach. Die im Rampenlicht versuchen ihr Bestes in den Streams, auf den Online-Bühnen Deutschlands. Doch was ist mit den Bands, den Tonleuten, den Toolmanagerinnen, Lichtcrews, Catering-Teams, Booking-Agenturen, Stagehands, Tresenpersonal, Security? Sie werden bis heute von der Politik kaum erwähnt. Doch jede Künstlerin, jeder Künstler auf einer Bühne verdankt seine Präsenz, seinem Sound, seiner ganzen Erscheinung, dem Team hinter der Bühne, hinter dem Vorhang. Dafür habe ich eine kleine Initiative angefangen, und die nennt sich Save the Band. Ich hoffe auf einen kleinen Lawineneffekt, vielleicht machen das noch ganz viele mehr. Denn ich habe nur ein kleines Team, was mir aber unglaublich am Herzen liegt. Wenn ihr Bock habt, dieses Team zu unterstützen, kommt vorbei auf 106herz.de slash save the band und schaut euch an, was wir für euch vorbereitet haben. Euer Binobi